Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Folge DBD. Wir spielen heute wieder Legion auf einer Outdoor Map. Outdoor Map mit Legion. Spaß, Spaß, Spaß. Hier ist niemand dran, da ist niemand dran. Und wir suchen jetzt die Survivors. The first survivors. Wir haben mit dabei Ruin, Sloppy Butcher, Surveillance heißt glaube ich das linke und Nurse Calling. Nurse Calling finde ich sehr, sehr gut auf ihm, weil wir sowieso alle anhitten. Okay, sind die alle? Da ist auch keiner, sind die an dem? Warum sind die an keinem Gen? What the Frick? Ah, da ist doch wer. Hallo! Angriff! Du bist nicht schnell genug. Okay, da sind zwei, drei, okay. Wir schauen uns leider nicht mehr den Hit zu machen, glaube ich. Ne. Ich hab's mal versucht, weil wir eh gebremst worden wären und dann können wir noch ein bisschen nach vorne sprinten. Wir bleiben jetzt an der Nancy dran. Wir machen mal nicht unseren Move, sondern wir bleiben jetzt einfach mal so an ihr dran. Hm, sie ist da hinten hingelaufen. I don't know if she was geht. Oh, sie hat Flink dabei. Okay. Ah, she's a disrespecting women. Ja, guter Versuch, aber leider scheiße ausgeführt, Nancy. Nancy Wilder oder Weedle oder mir doch egal, wie du heißt. Du altes Schöbreck. Gettekraken. Gern. Vegan. So. Da hinten ist wer. Mann, ich wollte das gerade nutzen. Um, um die Leute aufzudecken. Ah. Ich fand es mega. Aber die sind jetzt nur noch zu dritt. Das ist ein bisschen schwierig für die dann an der Stelle. Möchte ich meinen. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Die machen ja schon wieder gar nichts. Eine kranke Welt, in der wir leben, ne? Oh, da vorne sind welche. So, da war doch wer. Hab ich gesehen. Wollen wir mal an dem dran. Ja, take the pallet, Digga. Ich mach die pallet jetzt weg. Das letzte Mal, dass du die pallet genommen hast. Hallo, Nancy. Habe ich sie noch gehirrtet? Ja, ne? Hit. Hit. Die wir nennen sie Hit. Das nennt man einen Hitmarker. Wie die alle Palletten einfach wasten. Ich bleib' an dem dran. Oder an der. Ja. Oh, da hinten heilt sich schon wieder die Crudette. Warte mal, hat sie es noch geschafft, sich zu heilen? Und ich hab sie genau dann gehittet? That's funny, man. That's kinda funny. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich eine sehr blöde Runde für die, weil die ein DC haben, aber... Ich kann nichts dran ändern, nicht? Oh, hier war die Nancy anscheinend. Okay. Hallo, Nancy. Das geht. Uh. Das ist okay. Ich nehm' einen Hit für'n Hit. So, die geht grad zu dem Haken. So, Nancy, du stirbst als erstes. Ja. Ja. So, und du darfst deine Freundin retten. Ich bring' dich zu ihr, ja? Aber Nancy darfst du nicht retten. Die Nancy hat zu viel disrespektiert. Nicht Nancy. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Nancy, du nicht. Schon mal Nee, nein, 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 Nous, was dabei zu schnapp. oh nancy schmancy okay guck mal hier ist sogar der Keller für dich komm wir gehen zum Ausgang was hast du gegen die Nancy die hat einfach versucht zu disrespekten jetzt holen wir zusammen die Luco, oder? Tja kann ich so eine Tür nicht einfach aufmachen? geht das nicht irgendwie? jetzt selbst über das Spiel mit Freunden ok viel Erfolg oh nice one so haben wir so einen Pipfel bekommen sehr gut